das ist ja für die Stasi-Statio was ist mit unseren Staten? Warum ist die Tür nicht zu? Ja, damit jeder durchgeht kann! Sehr gut! Das ist der Nachteil, wir haben bloß ein Auto verlangsamen! Aber jetzt steht auch alles! Ja, logisch, es bleibt natürlich genau so liegen, dass wir genügend Abstand haben, um hier hochzugehen! Ja, sonst... Oh, wir kommen von hinten! Mach mal die Tür auf! Was geht's da hinten? Weiß ich nicht, wir können ja mal rübergehen, wenn du möchtest! Ich geh mal! Ah, da hat es Spins! Medipack, hm, Munition kann man mal brauchen! Ich hab noch die Medipacks! Ich hab die DNR nicht aufgenommen! Ich hab ein kleines, ein großes noch! Ich drücke eins, zwei, drei! Das sieht aber nicht so lebendig aus! Ja! 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 Du hast was wie du! Wir können beide aufnehmen! Das ist... Okay! Sozial! Ja, weil du nimmst es auf und es ist immer noch was drin! Wo du vorhin immer gesagt hast, Medipack habe ich Muni gekickt! Geht's heute weiter! Ja! Was geht jetzt? Hier hinten, ein Aufzug! Ich hab den grad aufgemacht und geh den wieder zu! Ach so! Na, das hab ich gelesen, dass beide Koop-Spieler da sein müssen, sonst funktionieren mancherlei Türen nicht! Hast du auch noch eine andere Waffe? Ja! Ja, ich hab ja auch den! 415 Schuss Spindi! Ich hab ne 195! Ja, hallo! Das direkten Marker gewesen, ne? Jetzt sterben die beiden auch noch, oder was? Ich sterben ja alle gerade irgendwie, ne? Hier lebt noch! Da lebt noch! hier lebt noch und der Balken geht ganz langsam runter der Mann nach dem ich gesucht habe den Mann kenne ich aus dem Fernsehen ich möchte ihnen das zeigen super Aussicht ja das ist ein Marker Testlabor es gibt sie überall in allen größeren Kolonien und Außenposten was wollen sie verlieren als Teil des Marker Testprogramms haben sie geholfen sie zu machen und heute Isaac werden sie Zeuge sein wenn ich sie freisitze nein nein sie bringen alle um der Tod ist nur der Anfang Isaac die Natur muss ihren Lauf nehmen und ich lasse nicht zu dass sie oder jemand anderes das aufhält Augen geradeaus Isaac passen sie gut auf aufpassen mit von Bedienung das sah gerade irgendwie so aus als wäre er explodiert daneben ich habe auch einfach irgendwie überlebt das crews da 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 ha da da Oh, scheiße. Ach, da sind irgendwelche Hände. Der braucht relativ lang, dass er die Waffe draußen hat. Oh, da kommt noch mehr. Ich bin gerade in Animation. Ja, ich kann ihn. Er hat mich in den Arm abgeschlagen. Ja, und währenddessen, ich konnte nicht auf den, das hat ihm keinen Schaden gemacht, ich habe die ganze Zeit auf den geschossen. Sieht aus, jetzt müssten wir das noch mal machen. Kinesen zu nutzen. Da rechts. Gehen doch jetzt besser als vorhin. Hm. Wir haben noch Munitionen oder Medipack eventuell. Hm, ne, bei mir ist es ein Stase-Pack. Drücke C, wenn die Stase niedrig ist. Nein, die Stase ist voll, danke. Nur noch ein paar Spins. Könnte man sowieso öfters einsetzen. Ach so, da hinten. Ja, die würden sich erst so selten. Da ist ein Monster direkt unter mir gewesen. Das ist ein Monster direkt unter mir gewesen. Inventar ist voll. Jetzt können sie auch schon reden, oder was? Die Gliedmaßen lassen sich nicht so gut abtrennen, wie sonst. Um Aufzug gefunden. Inventar ist voll. Die Arbeit. Ja. Was zum Henker geht da unten ab? Der Nick hat das Rettungsteam umgebracht. Scheiße. Ich komme mit der Jodoro rein. Finden Sie einen Weg aus der Stadt raus. Was ist mit den Zügen an der Washington Station? Wir können mit einem rausfahren. Und wie sollen wir das machen? Finden Sie es raus. Wir sehen uns dann bei den Schienen. Ja. Ja. Schreit hier wieder jemand? Doch. Mhm. Ja, jetzt bleibt noch eine Tür übrig. Ja. Ich dachte schon. Ich habe die Munition noch geholt. Die da nicht drin war. Meine ist ja schon voll. Midi-Pack. Coole Musik. Hey, wer will was Süßes? Ich will was Süßes. Lichtgeschwindigkeit ist schön. Da oben ist ein Viech gewesen. Da unten jetzt auch. Der lädt ja nicht mehr selber nach, eigentlich. Hinter dir. Wie konnte man nochmal den Schießmodus da ändern? Und mittlerer Maus ist das, ne? Ah. Je nachdem, was du abtrennen möchtest halt. Jaja, das ist... 192 Schuss habe ich mit der Waffe. Ich habe 410 mit der anderen und 207 mit dem Plasma. 10 Bearbeitung. Das sind dieses Ge-Bing-Bing-Bing hier immer. Das ging jetzt schnell. Sieht doch aus wie ein Zug, oder? Los, helfen Sie mir mal. Was, warum? Das ist ein Zugdepot. Wir können einen der Ersatzzüge reparieren. Suchen Sie die Zugmaschine. Na, da kann man doch mit F, glaube ich. Scheiße. Ja. Zuganordnung unvollständig. Wir müssen aber es dazwischen, oder? Du musst den herzziehen, glaube ich. Chinese aktivieren. Benutze... Ich glaube, ihr braucht deine Hilfe hier. Oder? Ne, es geht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Einfach mit Rechtskrieg anvisieren und dann F drücken. Ah. Dann ziehen. Passiert nichts. Ich kann es nicht nehmen. Vielleicht werde ich dranhängen. Ich würde gerne auf deine... So ging's. Man muss ein bisschen mit dem Blickwinkel arbeiten, dass es besser geht. Und jetzt müssen wir was? Na, nochmal drehen, würde ich sagen. Oder? Von da kommen wir. Hier hat es erstmal ganz viele Spins. Falls du irgendwas brauchen solltest. Hm, ich kann ja mal auffüllen. Hier habe ich auch noch einen, der hoffen ist. Drückt jetzt hier. Verriegelt, aha. Hier kann ich das jetzt nochmal drehen. Oder ne, wir können doch mal... Fahren wir doch einfach runter von hier. Obwohl die Ampel rot ist. Ohohoho. Das kannst du nochmal probieren. Jetzt einfach mit dem Blickwinkel, also rechts die Maustaste. Ja. Und drückt halt und dann... Hab ich auch erst gerade rausgefunden. Dass es dann deutlich besser geht, als wenn man nur läuft. Aber wir brauchen noch einen Anhänger. Das ist jetzt so Treibstoffwagen wahrscheinlich. Guck, hier gibt jetzt Gas. Alle Atmoset ausgerichtet. Abfahrtsequenz wird eingeleitet. Bist du mir da noch drauf? In dem mittleren Zugteil einsteigen. Mittleren Zugteil einsteigen. In dem hinteren hat er bereits gesagt, oder? Okay. Ich hab mittleren. Der Zug ist wieder flott und kann durch das Südorf fahren. Er entgeht Ihnen nicht. Das anderes bewegt sich nicht. Verstanden, ich schließe auf, sobald Sie die Stadt verlassen haben. Halten Sie sich zur Abholung bereit. Es wird brenzlig. Ja, da kommt jemand durch. Dann gehen wir doch lieber auf den Weg hier raus. La 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 la. Ihr könnt gerne losfahren. Können Sie mir was über Alice verschwinden sagen? Ah, wir können uns ja sogar hinsetzen hier, oder? Wo haben Sie zuletzt gesehen? Wie stehen die Chancen, dass sie noch lebt? Hübsche Magazine hier. Hübsche Magazine hier. Hübsche Magazine hier liegen auf dem Tisch. Aha. Sie hat echt Bock. Ich kann mir vorstellen, dass sie noch am Leben und wichtig sauer ist, dass wir sie noch nicht gefunden haben. Vor allem du hast 20 Schüsse im Magazin. Das langt ja nirgends, ne? Ach, wir können die Tür öffnen. Die sterben wenigstens, wenn man einen Headshot verpasst. Oh, das ist alles interessant.